Nochmal zu den 30. Na ja. So ganz gemütlich und so. Ganz gemütlich so. Ich find das immer so geil, wenn bei Family Guy Stewie mit dieser Stimme spricht so. Ja, da gehst du so. Willst du ganz entspannt so? Freund, willst du noch ein Buch schreiben? Vielleicht doch ein Kapitel über. Das ist so geil, ey. Ich weiß auch nicht. Ich liebe halt auch den Stumpf von Humor von Family Guy. Ich weiß nicht, das habe ich nie vergessen können. Wo Peter so meint, das war wie damals, als ich vergessen habe, wie man sich hinsetzt. Stehst du so drei Minuten vor dem Sessel und schmeißt dich da rein und entfasst so ein menschliches Knäuel in dem Sessel drin. Das ist so geil, Alter. Ja, der Beste ist, wo Peter in der einen Folge, wo Peter seine ganzen Kinder trifft, als er ja Samenspender war. Und die kommen alle zu ihm nach Hause und die verhandeln jetzt so ein Furzkonzert. Ich fand das auch geil, wo Peter massiv zugenommen hatte und dann haben sie einmal damit verarscht, dass er dann angefangen hat, nur noch wie Jabba zu sprechen. Und im nächsten Panel ist dann der Fernseher um ihn herum geflogen, weil er sein eigenes Gravitationsfeld hatte. Das war schön, ey. Also sowas finde ich halt lustiger als South Park, obwohl ich auch South Park nicht schlecht finde, muss ich sagen. South Park da... Da gibt's so ein paar Folgen, okay, aber im Großen und Ganzen hab ich da halt nie irgendwie... Bin ich da nie reingekommen. Ja, ich hab auch immer nur sporadisch das eingeschaltet. Ja, ich muss sowieso grad erstmal lose it cap'n. Jetzt kann ich die nicht weiter leveln. Ob ich denn jetzt bin ich blöd? Tja. Ach, Zett, du weißt. Wir beide werden keine Freunde. Ah, okay. Ja, warte mal tauschen, du kriegst zwar einen Zett. Ich krieg dann auch. Ich will deinen Zett nicht. Aber ich bin die Ari eigentlich auch. Ja, siehste. Oh, Items. Ja, das ist jetzt super optimal. Hm, 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 hm. Was kann man denn hier? Hm. Hm. Run, by the German. Ich weiß schon, auf was du gehen willst. Nee, ich hab jetzt einen Zett, einen Vorvik und einen Tristana. Sehr gut. Ich hab einen Darius. Ich hab einen Darius. Danke. Musik Musik Kaum in der Hoffnung, dass sie uns vielleicht wieder zurückholen können. Du kannst doch sowas wie Hoffnung empfinden. Ich bin mir nicht sicher. Aber eventuell... ...Heroes always die. ...On wings of fury. ...On the prowl. Du bist wenigstens noch Gold. Ja, ich freu mich auch nicht wie. Keine Ahnung. Die Biest kommt. Tschüss Bot. E-Maurvigus. Tristanikus. Auch Elise. Nichts dabei. Ganz ruhig. ... 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 Ja, ... Also wenn man Kasix und Kamil miteinander verschmelzen würde, würde das dann wieder so eine ganze Klinge ergeben? Kamil. 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 Was ist da immer dabei? Meins wurde grad weggenommen. Na obwohl da die Niederli und die Ari hätte ich gerne wohl. Einen von beiden. Ja. Ja. Die Ari ist auch das einzige, was ich gebraucht habe. Dann nehme ich die Ari. Habe ich schon. Achso. Ja ich guck nebenbei bei Epic Seven ich hab nicht auf alles geachtet. Ja ich bin die Orte im Falle. Abgruntermachen. Ne ich fahr grad und ruse es hoch. Ja. Ja. Hey. Noch ne Ari. Ja. 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 Icha. Ja. 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 Die Mobius. Julie Hadea. Pissikus Pissikus Was ist... Die will auf jeden Fall... Ja die will auf jeden Fall heute also Rattig frisch von unseren Shadowhiles, Junge Ich hab das jetzt auch mit den Dariussen, kein einzigen Darius Ja dafür hab ich hier einen bei mir Hallo Hi Ho Gehst du auf Sorcerer or Knights? Ja... Das ist der einzige von dich bekommen Sorcerer ist wirklich strong für die in dem Game Nicht so strong wie ein Chessrush, aber schon Schon einiges Spinnen So viele Spinnen Spinnen Ja das ist halt immer so lang, dass ich die schon so früh auf Stufe 3 hab alter Ich hab keine Ahnung was da abgeht Ich spiel jetzt mal wieder ein bisschen Klavier Ich spiel jetzt mal wieder ein bisschen Klavier Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 On the proud. Ich habe gerade kein Recht mich zu beschweren, ich hatte gerade den ionischen Funken, Gold und ein Giant Spell rausbekommen von den Crocs. Das ist schon fucking GG. Soll das eine Herausforderung sein? Na, wenn du jetzt mal auf Arik gehst, dann gehe ich mal eher so Richtung Shapeshifter. Die will halt immer noch nicht droppen, ne? Ich brauche doch nur zwei Serilas, wir brauche doch gerade gar nicht mehr, Mann. Was farmst du denn, der höchste Albtraum, oder? Ne, das einfachste wegen der Energie. Ja, bei Albtraum ist die Tropfschwung, ist aber am höchsten. Ja, ich glaube, das schafft das Team allerdings nicht. Ich wäre nebenbei die Dinger farm. Ich kämpfe so lange, ich schreie. Ich höre und gehorche. By the blood of my father, I will end them. Blood or the blood, bones. Bones for the bone, ne. Bones for the bone. Ja, ja, ja. Ich glaube auch, zwischen das. Brother, I've been to you. Mein Schöpfer, da hängt wieder in der Luft. Ja, der hat eine Stufe 3 Kasex mit Infinity Edge. Bin ich als letztes dran? Ich gucke mal gerade, kann ich das auf höchster... Erstmal muss ich auf normal machen. Ne, wir sind mir egal. Ja, ich gucke mal. Ja. 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 Könnte ich auch mal Mordekaiser jetzt noch bekommen? Ja, wenn so ein Point ist, die hat wirklich gegeben. Okay, ansonsten, wenn sie daneben fliegt, ist sie so fucking useless. Unruhige Finger sind unruhig. Fully charged. Powering up. Okay. 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 Sorry. Wie viel habe ich dir gemacht? Ach, nur 32. Das glaube ich nicht. Hast du mal die Menge deiner Einheiten gesehen? Ja, aber das werden irgendwie um die 14 so gewesen sein vielleicht. Okay. Fick dich Darius. Da ist nicht, da hat mich angepinnt. Das ist so, was so ein Problem ist. Wahrscheinlich, weil jetzt wieder die Stufe 3 ist und er damit unzufrieden ist. Ja, da beschwerte ich bei mir. Ich kann nix für den Algorithmus. Gold, genau das, was ich wollte. Danke. Mal gucken, ob sie das schaffen. Na, fängt er mich nochmal. Ja, tut er. So wird es den Hitzung. Ich hab ein Wohlstufe 3. So schön. Ja. So ist es noch, was? Ich arbeite dran, das steht in j1stufe 3. Ich finde mich diese Runde selber ekelhaft, ganz ehrlich. Geh in die Eck und schäb dich. Darf ich Epixelf mitnehmen? Nein. Oh. Sonst wäre das ja keine Bestrafung. Jetzt kriege ich gerade keine Duplikate mehr, sollte das Pace runterschreiben. Schrauben. Bäh. 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 Ich rieche den Tod. Guck ihn dir an, wie er noch 100 Leben hat. Schämst du dich nicht? Doch. Sehr sogar. Ich bin nur noch ein Schattenmeiner selbst. Doppelt Darius, Fjora, Leona, Draven, Zett. That's not nice. Gut, dass Draven noch nicht so ausgestattet ist. Hm, was haben wir denn da? Poppy oder Sejuani? Nee, dann... Ich bräuchte... Dinar... Du brauchst gar nichts mehr hier. Du, sag mal ganz ruhig. Guck mal, wie fett du schon geworden bist. Sehr, ne? Das heißt, ich hab aber auch ein fettes Keyboard. Zeitgeist war... Ich brauche mich über kontrollieren... Da geht bitte... natürlich ich hoffe so viel stufe 2 das ist schon ordentlich ach Shivan hatte diesen Mantel ja 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 ich rieche den Oh, der Textik. Was ist heute bitte los? Ja, Bruder, Bruder. Das wird mir leid. Ja, ja. Das wird mir leid. Ich weiß schon, dass ich von dir noch Regenwann die Quittung bekomme, Alter. Nicht in diesem Drecksgame. Nee, nicht in diesem Drecksgame, aber zu Noten führst du mich dazu zwingen, einen Bote-Won-Gegen nicht zu spielen, oder krieg ich da auf die Fresse. Okay. Uuuuhh Und der nächste... Das ist halt echt legit gerade irgendwie. Ich will es auch nicht. Ich habe jetzt quasi mein Exodia komplett. Das ist sechs fucking Shapeshifter, das ist so... Holy guacaboli, Alter. Okay. 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 Also das hatte ich wirklich legit noch nie. Okay. Was ist so eine G-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H. Das war so Trice Mechanics, Alter vom allerfeinsten, ey. Holy mooo. Das ist überhaupt keine Ausrede. Ja. So nicht anders muss gewesen sein. Aber fucking mit 100 Leben. Ja, ich warte drauf, dass ich jetzt auf den Sack kriege, weil das war instant der Region auf Gold 2. Bye. Bis zum nächsten Mal.